Stimmt, ist das nur Dynamit? Nee, leider nicht. Wach. Peter ist immer noch gewohnt, äh... Ja, vorher zu drücken einmal. Lol, da war gerade eine Falle mit so einem Steinblock. Alter, geb ich fast das Schlagen. Das war close. Wieso ist der Steinblock da nicht runtergekommen? Doch, ist er. Hier. Achso. Aber ich bin gerade so vorbeigeflogen quasi, im Sprung. Na endlich! Ich glaube, ich leuchte dir mal. Na, hast du schon selbst gedacht. Das Wichtigste sind eigentlich die Souls, ohne Scheiß. Mehr brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht bis hier in Adamantit-Ohr. Für die Souls müssen wir nicht suchen. Für die Souls müssen wir einfach nur töten. Ja. Ja, die Adamantit nehme ich auch nur so mit als Gimmick. Und wenn er keinen Adamantit mehr braucht, dann brauchst du nur noch mit, wenn er... Ja, wir brauchen dann noch so das Schwert. Außerdem kriegst du noch einen von mir. Ganz warm. Ja, das ist so richtig. Und die Spiele, wo ich mich bei Christian verschulde, die spiele ich da noch länger. Aber ich habe auch meine 60 Tage Gamecard bei SVT schon eingelöst. Das ist so ärgerlich. Eigentlich muss ich mich zwingen, dazu wieder zu spielen. Aber ich will eigentlich nicht. What the fuck? Alter, sind auch viele drücken. Da, da konntest du jetzt gut über Mietrad schon machen. Ja, aber ich habe gar nichts mehr. Das ist mir verwurrt. Großer Fehler. Ja. Dann halt so. Wir sind da flexibel. Ja. Da würden wir ja eigentlich würden gar nicht sterben. Aha, Lava. Oh. Komm mal, da war jetzt einer dabei. Bei dem Ketten, dass ich da auch gesammelt habe. Was ist das denn? Was ist das hier? Oh Gott. Da ist oder mein Cheat. Woher jetzt? Da ist direkt oder mein Cheat. Ich habe noch anderes gesehen. Komm mal. Leute, das ist nochmal anderes. Okay, man zieht mich eigentlich immer so ab. Das ist da oben links, aber man zieht. Also wir brauchen insgesamt 60 Stück. Weißt du, wie viele du ungefähr insgesamt hast? 23, oder so. Na cool, dann haben wir ja mal schon. Dann haben wir noch 30 Stück. Na, zu viele ist auch nicht, denn weil dann kannst du immer noch die Bosse beschwören. Na, jetzt zu viel haben wir davon, wo ich nicht. Aber wie gesagt, wir hätten jetzt... Sonst lass doch mal nach oben gehen, dann kannst du die von mir aus haben. Ich bin dafür, dass der, der die Soul of Lights oder Soul of Knights spendet, auch die Soul of Sights kriegen darf. Ich dachte, das wird ganz normal aufgeteilt. Ey, denn wenn du willst, kannst du die Wings haben. Dann müsstest du mir halt nur beim Farben weiterheilen. Ja, aber wenn wir jetzt grad hier unten sind, gucken wir jetzt nicht hochgehen. Hast du da was, Peter? No. Hier oben sind da nicht hier. Ja. Ist auch nix. Da schlägt man noch so scheiß Altäre kaputt und dann findet man trotzdem nix. Noch relativ weit nach unten hier, ne? Oh nein, ich hab verwirrte. War das so? Verwirrte Steuerung. Scheiße, bitte. Bitte, bitte. Lass mich dein Sklave sein. Alles klar, wenn du möchtest. Keines Zitat. Er bleibt hier, du... Verzuholen. Also wie tief das hier geht. Oh nice. Ja, sonst sind wir halt immer runtergefallen, ne? Oh, hier ist so ne Kiste. Nice, ist immer kaputt. Nix müsste jeder eins sein, oder? Ja. Was ist das? Ein Titan Glove. Increases Melee Knockback. Hat damit schon jemand davon gemacht. Ja, den hab ich drauf. Was ist denn drauf? Hm? Da hast du das Schild drauf. Achso, du hast das Warrior Emblem nicht drauf. 15% Increased Media Damage. Alter Vaterus, ey. Ist doch schmuckig. Ich bin verwirrt. Oh ja. Hier runter. Äh, Kiste checken. Ja, mach mal. Weil es wird Dynamit voll faktisch. Oh nein, da sind Fischis. Rain of Regeneration, unser suspicious looking Ei. Juhu. Juhu. Das ist ja alles da. Nein. Nein. Ist ja verwirrt. Okay, warte hier. Hahahaha. 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 Da ist Alamantid. Das ist ja da ein Digga. Du Staub. Wollen wir was? Gut. Oh, ich hab auch so viele Suchenstellen. Ja, natürlich müsstest du für weg. Moment, wo gehen wir denn jetzt runter? Na, okay. Äh, geh doch schneller. Ja. Ah, Peter. Ja. Achst du eigentlich übersehen. Mach doch mal weiter. Wir gehen mal weiter. Hier ist nicht so viel. Hier ist viel Lava. Na gut, dass man das Alamantid wenigstum unftig erkennt, ey. Boah, ich... Bist du? Voll bin ich. Oh, das ist voll. Oh, das ist voll. Oh, das ist voll. Oh, ja, Peter. Ich bin jetzt voll. Ja, ich bin auch voll. Ich hab eine Soul of Light. Ähm... Und damit hast du eine mehr als ich. Jo. Ich hab jetzt sechs. Oh, die ist doch mit extra Wasser. Die hab ich schon. Ist die Hölle. Ah, da ist nochmal Alamantid. Da war nix von nur noch ein paar Hegelbotschlüsse. Und den hast du schon wieder gewissen. Jetzt was? Lass uns dann eigentlich einfach das... Farmen. Warte mal, ich baue das mal eben hier weg. Peter? Da rechts ist auch nochmal ein Alamantid. Macht eigentlich der Starcloak viel Damage? Ich hab's aber nie draufgeachtet. Ne, find ich nicht. Ich glaub 13 oder so. So. Na, was ist das denn? Wollen wir schon machen oder nicht? Ja, ne. Ja. Ja. Und da hab ich dir jetzt das Spiel unter Pauscheln gekriegt. tja loll, genau bis hierhin haben wir weiter gebaut, wir sind so weit nach links gekommen loll, hier ist Lava, Vorsicht alter, wer hat denn hier Lava ausgeschüttet, ok, ich bin zurück und es verlinkt das da oben, über dir ein Ohr hier rechts nebem Aufteil ne, nicht das da drüber, ja Koppau, ich kann nicht erkennen, weil das blinkt das hier ist, äh, Eisen ne ne ne, das da drüber das seh ich nicht mehr was ist denn hier für ne Mucke? ne gute frage ist aber ammantiert oh mein Gott ja, ne aber so'n Fisch hat ne hundertprozentige Wahrscheinlichkeit so'n scheiß Soul-Tile fallzulassen ne schon mehr Euro Fisch ist weggebracht ok, da ist Lava, da möchte ich nicht Fisch die Henne du hast es nicht aufgeteilt, oder? ne diesmal nicht Plati Na komm her, jungs ach so, mein fünfter Platinum-Coin, hammer nice ne echt so viel habt ihr davon schon? nein wo brauche ich den Shark? äh, ich hab hier so'n, so'n Hai, so'n Haifluss hab ich ne der ist schon so'n Hai bekommen Lava, keine scheiße Jay hast, hast du die, pfff hast du die Dinger denn da schon reingelegt alle? naja ja nicht da runterspringen das ist nicht voll ja, dann nimm dir mal deine Portion wenn du mich dranlässt zu Bob wenn du mich dranlässt zu Bob wenn du mich dranlässt zu Bob hihihi ja, dann komm mal wieder da wieder da wieder da kriegst du den Barren mal wieder zurück in deine Truhe ja juhu vielen Dank kann das sein, dass du keinen einzigen Baum mehr hast das unten, ne doch das 9 jetzt gleich 10 juhu ach scheiße bis nachgefunden hihihi hatte ich mir nicht damals so'n Kobalt-Schwert gemacht bist'n dat hin? ich hab zwei, wenn du eins brauchst, sag' ich halt ich mein, ich hatte aber nur eins noch da ist das Kobalt-Sword ich ordne dann, ich guck mal gerade, weil ich schon gebaut hab halt noch nicht also das Mitrilschwert braucht man auch mhm so wie das Adamantit-Schwert mhm und du brauchst auch alle Chainsaws oh mein Gott, man braucht davor auch noch alle Chainsaws aber nicht für das Megaschwert ne, ne, aber für das Megaschwert für den Hamdrags für das alles ting du brauchst du die Chainsaws und die Drills und noch ein paar Seelen oh, dafür hab ich aber nicht genug Stuff, Jay wie viel braucht der Drill überhaupt? ich kann den gar nicht bauen zwölf mein ich zwölf oder fünfzehn ich hab zwölf, also musst du auch anschließend sein du musst? was ist denn der Guide, der Bob? ach die Scheiße ja, dann ist jetzt sehe ich die Erze nicht mehr also jetzt wieder vor deiner Nase, um genau zu sein ah ja, genau, so'n Shrank hab ich auch und du kannst aus dem diesen Speeren kannst du auch von jedem ein Ding machen da kannst du dann aus Gunkniere machen und aus den und aus den Armbrüsten kannst du dir dann super Armbrüste machen ja, effektiv Soul Night Empower also eigentlich alles äh, aufwerten das hat mir erstmal alles später gebaut ja, das ist wahrscheinlich das wichtigste ich hab mich da ein bisschen beunruflich grad auf Lava rumlaust also ich hab jetzt 13 ich hab 10 plus 4 die ich noch hab also 17 ja, aber jetzt liegt noch eins das ist echt traurig und da haben wir der Lava ich hab von Kobalt habe ich jetzt alles doch, aber da komm ich nicht hin warum? weil's über der Lava ist und dann weiß ich, wo werde ich nicht eingehen nein, mir fehlen noch Kobalt Schuhe ja Bulldart aber man braucht halt für alles diese Might-Dinger, wa? das heißt, das bringt uns alles nichts, bevor wir nicht die Bosse getötet haben deswegen kann ich noch mal schon mal was sammeln lol lol das ist auch 100 Gummipunkte oh ja ich hoffe, darunter war keine Lava nee, darunter war keine Lava da hab ich ganz schön runtergesprungen ok ja, ja, dann schmeiß ich den Scheiß mal wieder weg ja, man nice was da alles für ein Viechzeug ist bring runter, teleportier dich weg nee, das ist nicht gut vielleicht nimmst du dich alles Wichtige mit also, man muss echt noch ne Menge sammeln ach, Dennis, Dennis, ja na, ich wird langsam spät das ist schon bewogen ist das richtig, dass wir 10 Teile von jedem bauen können, jeweils 10? ja, du kannst halt 3 verschiedene Köpfe bauen und wofür brauchst du denn alle 3 verschiedene Köpfe weil ich's kann achso ähm mit rührüstung ähm ich glaub, da muss ich nochmal runter NEIN MIRROR hab ich glaub ich noch so glaub ich noch ganz viele von irgendwo ne hast du wirklich ganz viele Soul Teile mitgenommen? die haben 20 die haben 20 hab ich jetzt insgesamt gehen wir die Souls scheiß Viecher sammeln ja mein Gott fehlt mir nochmal so ein paar Leitdinger zum Beispiel Sagen wir heute nicht mal Feierabend machen ja, glaub ich, die können noch kurz mal ne Sachen wiederholen ja, lass mal Feierabend machen das ist besser so Jess, dir hätte nicht aufgefallen, dass ich dir da grad ne goldene Truhe geklaut hab nö geht doch gar nicht wolltest du mich trollen? oh ja, du bist trollen aufmerksam, Peter na, ich bin troll-resistent genau mich kann man nicht ärgern was war denn das denn? sind noch keine Sterne gefallen? nein, jetzt fallen sie gerade jetzt ist nur ein Problem verwandert also wo sind wir denn da nach rechts gegangen? Scheiß drauf ich hab mir jetzt Alarmantit-Sachen gebaut toll? die Scheiß drauf ja, fuck auf die Sachen gar nicht du weißt, dass du die brauchst für die Überrüstung, ne? ja, wow, was ist kalt die paar Sachen weg und weiß wie viel Zeug wir brauchen jeder bis wir die Überrüstung 20 von diesen Maid-Dingern genau, jeder ich weiß ja nicht wie viel so ein Boss fallen lässt wahrscheinlich auch wieder so dann hat wir natürlich ein bisschen nervig wir brauchen die für die Rüstung und für das Schwert also ich bräuchte dann schon mal 40 genauso wie Dennis du brauchst dafür jedes Rüstungsteil ja cool, dann brauchen wir schon 20, 40, 80 pro der lässt 20 fallen, der ist scheuer oh, ja dann und 15 ja, das heißt wir brauchen jeder 80 ja, bis dann hab ich hab ich 10 neue Metrile gefahren das ist nicht so schlimm ich hab mein Schwert das für wichtig du hattest, aber die Boots hattest du, ne? die Boots hab ich, ja ok ja, jetzt nur gucken, dass wir zusammen die Soul Flight und Soul Knight haben wie viel hast du nochmal von den Soul Knights? insgesamt hab ich jetzt 32 in der Truhe wenn das deine auch dabei waren wir brauchen, ja vier, doppelte vier und fünf, sechs Stück fehlen noch die können wir uns eigentlich mal kurz holen, oder? die sechs Stück fehlen uns noch sechs nur noch? ja, sechs nur noch die können wir uns echt noch die brauchen 30 Stück davon, oder? ja, jeder und sechs fehlen noch achso ja dann dann können wir die nochmal eben holen dann nein, geht kaputt magere Sternausbeute hier Ja stimmt, genau. Weil jetzt noch ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass mein geiler Bogen fehlt. Ja, dann gehen wir halt wieder nach rechts gucken. Das war nämlich hier, glaube ich. Aber das war ein Kobalt-Bogen, das ist kein Problem, das war noch nicht so gut hier. Ja stimmt, der ordentlich fernkommt, dafür sollte ich mich vielleicht immer machen. Ja genau, meine Träcke füllen auch. Okay, damit habe ich analysiert, was noch fehlt. Ja gut, aber muss ich ja jetzt nicht aufnehmen, wenn ihr euch noch den Kram da eben holt, oder? Selbstverständlich, du musst noch mitspinnen, sondern auch wenn du keinen Bock mehr hast. Ne, geht mir nicht. Also bis zur nächsten Aufnahme dann.